X-T1 Der Einstiegsrasentraktor mit Heckauswurf von CapCadet. Korrosionsbeständiger Rahmen in Automobilqualität von professionellen Landschaftsgärtnern getestet. Ein kraftvoller und zuverlässiger CapCadet-Motor, mit der Power all Deine Aufgaben zu erledigen. Per Zündschlüssel starten und das Mähwerk in Betrieb nehmen. Mit dem Hydro Startantrieb trittst Du einfach auf das Pedal und los geht's. Das leichtgängigste Lenksystem auf dem Markt mit unglaublich direktem Handling. Dank dem Wendekreis von nur 38 cm umfährst Du Hindernisse mit Leichtigkeit und erledigst Deinen Job noch schneller. Das Mähwerk kann in 12 unterschiedliche Positionen eingestellt werden. Für jeden Einsatz die richtige Schnitthöhe. Von Profis getestet. Ein Traktor mit Top-Performance und Leistung. Ausgestattet mit einem neuen Schneidwerk und Schnittbreiten von 95 cm und 106 cm. Das extrem stabile Material und die fortschrittliche Keilriemenführung garantieren Langlebigkeit. Weniger Stopps zum Entleeren des Fangsacks. Das spart Zeit und Du bist schneller mit Deiner Arbeit fertig. Der optionale mehrlagige Staubfilter schützt vor herumfliegendem Gras und Schmutz. Der speziell entworfene Teleskopgriff hebt den schwersten Fangsack mit Leichtigkeit an. Der Komfortsitz kann auf die individuelle Sitzposition eingestellt werden. Starke LED-Scheinwerfer für optimale Sicht auch nach Sonnenuntergang. X-T1. Das Einstiegsmodell der Cup Cadet Enduro Serie. Entwickelt um Dich mit unglaublicher Power und Leistung zu unterstützen. Cup Cadet. Build to last. Build to love. Weitere Informationen findest Du auf www.cupcadet.eu